Er lag etwas zu tun, aber Hiro war immer noch auf den Beinen, da der Zauber nicht auf ihn wirkte. Aber wie? Wie steht er immer noch? Ach, ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht, nun unternimm etwas. Was soll ich denn bitte machen, Sakura? Ich kann mich nicht bewegen, ich habe es versucht. Nun, die Macht des Brillens kann ein alles tun. Das ist nur ein Spiel, vergiss das nicht. Ich versuche es. Ich schloss meine Augen und versuchte aufzustehen. Ich fühlte, wie meine Angst nachließ. Also nutzte ich alle meine Willenskraft, um zwei Umbogen zu nehmen. Ja, Schattenritter. Jetzt erledigen wir, oder was? Okay. Mit den Schießen ist es aber auch nicht. Noch mal. Ich muss diesen Schattenritter irgendwie erwischen. Nein. Ja, Mann. Noch mal. jetzt hat es geschafft ich habe es geschafft ich habe auf ihn geschossen der schattenritter ist einmal von dem untoten er ist immer noch am leben ich meine er ist immer noch auf den beinen der pfeil traf den schattenritter und erregte wieder aufmerksamkeit er schwang sein schwert mit unglaublicher geschwindigkeit und nur dank virus schneller reaktion schaffen wir es durchzukommen niru sprang und stoppte den angriff des schattenritters mit einem schild und ich habe gemerkt nach stopp da habe ich selber gestoppt auf Vielen Dank.